Lustiges Lebensmittelraten mit Patias. Die erste. Kannst du das merken, was da kommt? Auf keinen Fall. Oh Gott. Oh, das ist mein Lieblingsessen. Boah. Kommt da noch viel? Was war das erste nochmal? Oh Gott. Machst du wie die Popfahrer, wie die Skifahrer. Gehst du einfach durch. Du darfst anfangen, weil du steinalt bist. Boah. Das war ein bisschen unfair. Fühl mich schon ein bisschen verletzt. Nein, aber du weißt ja, wie es ist. Okay, ich fang an, weil der Schlauere fängt an. Los geht's. Zucker, Haferflocken, Reiswaffeln. Darf ich auch, zwischendrin? Ich dachte so lange, bis man nichts mehr weiß. Du musst nochmal ganz von vorne achten. Schokomüsli. Reiswaffeln. Haferflocken. Dinkelspaghetti. Thunfischfilet. Erdnusslocken. Mais. Erdnüsse. Erdnüsse. Gesalzen. Habe ich, sorry, gelesen. Schokolade. Gute Augen. Schokolade. Pistazien. Hafermilch. Oder was ist das aber? Kann man drüber diskutieren, ob das Hafermilch war. Da stand Ode drauf, also nehme ich an. Was hat man denn da noch? Jetzt wird's bei mir auch eng. Fünf. Vier. Gibst du die zweite Runde auf? Nein. Schieb mal schnell den Korb da drüber. Yes. Herzlichen Glückwunsch. Champion. Champion.